In Plochingen kollidierte heute ein Rettungswagen mit einem Bus. Laut Polizei war das Fahrzeug mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs zu einem Einsatz. Der 32-jährige Fahrer konnte nicht mehr reagieren, als der Bus auf die Straße abbog und ihn rammte. Zum Unfallzeitpunkt waren mehrere Fahrgäste im Bus. Vier von ihnen wurden leicht verletzt. Auch die beiden Rettungskräfte erlitten nur leichte Blessuren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 130.000 Euro.